Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist das einfach nur mal ein kurzes Infovideo, wo ich euch ein bisschen was erzähle über die Dinge, die ich im Dezember so geplant habe. Und zwar habe ich mir vorgenommen, im Dezember jede Woche drei Videos hochzuladen. Und zwar immer mittwochs, freitags und sonntags. Und ich habe auch schon viele Videos davon fertig gedreht, muss ich nur noch schneiden. Zum Beispiel ist auch dabei das Spindvideo, das ihr euch jetzt schon so oft gewünscht habt. Ein Video über den Putzkasten, noch ein altes Turniervideo von Dezember. Äh, vom Dezember, vom Sommer. Und noch ein paar andere Sachen. Solltet ihr Videoideen haben, vielleicht für Videos, die ich noch nie gedreht habe, mal irgendwie was anderes oder so, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich ja das ein oder andere davon jetzt auch noch drehen. Dann wollte ich euch noch erzählen, dass ich am Samstag, also am 5. Dezember, auf der Fähr- und Jagdmesse in Hannover bin. Und es würde mich auf jeden Fall freuen, einige von euch zu treffen. Wenn jemand von euch da ist, könnt ihr das ja auch mal in die Kommentare schreiben. Dann kann ich schon mal gucken, wer ihr so seid, falls ihr auch Videos machen solltet oder so. Dann sind wir ja jetzt mittlerweile auch schon so viele Leute geworden. Wir sind bei YouTube auch fast 20.000. Und ich wollte euch einfach mal was zurückgeben und passend zu Weihnachten Gewinnspiele veranstalten. Und da habe ich mir gedacht, es ist ja blöd, wenn ich nur eins für Facebook mache oder nur eins für Instagram. Und da wird es Gewinnspiele geben für alle sozialen Netzwerke, wo ich sozusagen vertreten bin. Und da werde ich am Samstag auf der Messe einfach schöne Sachen für euch einkaufen. Und nächste Woche dann ein Video veröffentlichen, wo ihr seht, was ihr gewinnen könnt und was ihr dafür tun müsst. Und ich hoffe, dass ihr euch darauf freut und dass ich euch damit dann auch eine Freude machen kann. Das Video ist auch schon fast wieder vorbei. Ich wollte euch als letztes nur noch mal kurz erzählen, wenn wir schon bei Infos sind, dass ich auch ein Postfach habe, was nämlich irgendwie viele noch nicht wussten. Ich blende euch das noch mal hier ein und schreibe es auch in die Infobox. Ich freue mich nämlich immer sehr über Briefe von euch und für den einen oder anderen, der mir vielleicht mal schreiben möchte. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, dass ihr euch auf die folgenden Videos freut und sage dann bis zum nächsten Video am Freitag. Tschüss!